Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benni und in diesem Resident Evil 8 Video soll es mal um die Trophy im siebten Himmel gehen, für welche du entweder 777 Leibe sitzen musst, 7777 oder 77777. Ich werde dir jetzt hier aus meiner Sicht eine sehr, sehr einfache Vorgehensweise zeigen, wie du dir die Trophy wirklich easy und entspannt hier spielen kannst. Du brauchst natürlich ein bisschen Vorbereitung für das Ganze. Was musst du hier tun? Du musst zum einen einmal das Game komplett durchspielen, dann wird hier der Bonishop freigeschaltet und da kannst du dir dann die WCX-Waffe holen. Ja, das Sturmgewehr, wofür du dir dann natürlich auch das Rezept auf jeden Fall kaufen musst, damit du hier die Gewehrmunition ganz einfach craften kannst. Werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen. Und das ist auch schon im Großen und Ganzen das Prozedere, denn du kannst dann die Gewehrmunition jeweils für sieben Leibe verkaufen, so dass du natürlich sehr, sehr einfach auf die 777 Lei kommst. Ja, ich lasse das Ganze mal hier weiterlaufen. Also Waffe musst du dir kaufen, wenn du natürlich nicht genügend Geld hast. Du kannst dann auch mal den Söldner-Modus natürlich probieren oder spielst du das Game gegebenenfalls nochmal durch. Hier ist auch ganz, ganz wichtig, du kannst dir dann einen Save-Point laden, kannst dir den anlegen. Falls du dich mal irgendwie verklickst, falls du zu viel kaufst oder zu viel verkaufst oder Ähnliches, kannst du das Ganze natürlich nochmal neu versuchen. Das kann natürlich immer mal sehr, sehr schnell passieren. Deshalb überhaupt kein Problem, keine Panik. Also wie gesagt, du brauchst die Waffe, du brauchst natürlich das Rezept. Du siehst hier über mir, ich bin bei null Lei. Deshalb werde ich das Ganze jetzt hier gleich hochpumpen auf 777. Und hier siehst du, befinde ich mich im Menü. Ich mache hier nochmal auf Stopp. Und hier habe ich mir dann die Gewehrmunition gecraftet. Bekommst du dann jeweils natürlich hier für die drei Ressourcen, bekommst du dann jeweils 20 Mal die Gewehrmunition, die du dann eben im Shop verkaufen kannst für die Lei. Und ja, so läuft das Ganze. Wenn du nicht genügend Ressourcen natürlich hast, du kannst das Game dann wie gesagt nochmal durchspielen. Du kannst den Söldner-Modus spielen. Und dann hast du eigentlich die Trophy so gut wie im Sack. Du siehst jetzt hier, wie ich mich kurz vor dem Trophäen-Ehalt befinde. Hier die Gewehrmunition. Hier einmal 40 Mal gekauft, das Ganze. Und hier einmal 61 Mal. So siehst du, äh 71 Mal, Entschuldigung. Dann siehst du, dass ich genau auf 777 Lei rauskomme. Hier war dann auch dann genau der Trophy halt an der Stelle. Ja, so läuft das Ganze. Ich hoffe, es war alles Wissenswerte dabei. Falls du Probleme hast mit der Trophy. Falls da irgendwas unklar war, dass ich nichts vergessen habe. Das war es von mir. Bleib sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Kanal. Abo am Start, wenn du heiß bist auf weitere Videos von mir. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss.